Willkommen zu einem, äh, ja, zu einem Gefecht, wieder mal Gefecht mit dem VK-4502, dem lieben McMaster, dem Eraser natürlich, mit dem WT-Panzer IV, Waffenträger, hi! Und meine Wenigkeit in der Torte, in der Torte oder das Torte oder sie Torte. Hallo, hallo, deine Wenigkeit. In der Torte. Ja. Jetzt kommen wir mal. Ich fahr mal noch nicht weiter. Äh, da ist ein Patton. Da draußen. Lohr, lohr, lohr. Ach, leider nicht getrisst. Kennst du das, wenn der voll durch ihre Panzerung geht? Muss ein bisschen vorstehen. Wo ist denn der Sack jetzt? Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ah, okay. Sagt mein Richt, sagt mein Kommandant. Ja, wenn der Lohr, wenn, wenn der Lohr oben rechts fällt, auf dem Dings, dann passt das. Ja. Das ist schön. Jawohl. Das ist schön. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier oben nicht aufgehen, dass wir hier gut stehen. Ich bin mal unten, hat ein Häusern, würde ich kuscheln. Oh, ein 13, oh, ein C-54. Da kommt ein bisschen was, da kommt ein bisschen was, da ist ein bisschen was. Der überlegt sich jetzt zweimal, ob er nochmal rausguckt. Ich spiel hier mit. Spielst du mit? Wo spielst du mit? Draußen oder bei Mac? Hier. Mac hat gerade... Komm, T-54, komm zurück. Ja, sehr schön. Oh, du musst bloß noch treffen. Hörbstehen. Das ist immer so eine Sache, ne, mit dem Treffen. Ja. Wenn er jetzt weiter, wenn er jetzt noch weiter vorfährt, sehe ich ihn wieder. Ja, ich habe ihn dir vorgejagt, glaube ich. Naja, ne, der ist, ich komme durch diesen Spalt nicht durch. Mit meiner, von, aus der Höhe. Obwohl. Abpraller. Schade. Jetzt fährt er zurück. Da kommt der 13,90, glaube ich, da irgendwie rum. Ja, komm. 13,90. Ich habe was für dich. Ja, ich hatte auch gerade gelögt. Ich bin bei dem E-75 durch die Unterwanne nicht gekommen. Und er ist bei mir durch den Form gekommen. Ja, super. Aber jetzt hatten die Ati relativ gut erwischt, ne? Ja. Aber da dachte ich auch, ey. Kann den mal einer rausjagen, verdammte Scheiße? Ich werde mich mal links nach links... Ich war jetzt vor. Da müssen noch irgendwo ein Pattern sein. Ja, wenn der... Ne, ne, der darfst du doch nicht vorfahren, der T-54 sieht ich sonst. Ja, ja, ich fahr doch hier. Ich fahr doch nicht ganz vor. Ich positioniere mich um. Vielleicht... Komme ich auf den T-54 drauf oder auf den AMX. Jetzt bin ich offen. Ist der AMX, der spottet dich, ja. Ja. Deswegen muss ich mich jetzt bewegen. Einhundertprozentig Gläte Arzellerie einschlicht. Da fahr ich mal Richtung Mac. Leck, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, schade. Ja, der ist hinter den Steinhaufen. Ja, ich weiß, ich weiß. Er kommt aber wieder vor, vielleicht. Ich glaube, ich werde mal Gold durchladen, weil zweimal an der Unterwanne da zu bauen sind, das ist eigentlich schon fast unmöglich. Ja. Okay, scheiß Panzer. Hei 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 hei. Wow, was ein Schuss. Was ein Schuss. Ähm, ich lass dich hier mal alleine. Ich fahr mal durch die Mitte, um ihn von dort auf zu scotten. Okay. Er wird da rauszulocken. Also, aber noch eher ein 100, da müssen wir auch passen. Ja, ich weiß. Ich fahr außen lang, wir haben außen frei. Da müsste eher ein 100 sein, ja. Und der Patton ist Outer hinten. Ich, ich fahr grad in die Richtung, also außen entlang, richtig von Bunker zu Bunker. Ja, und der 13, und der Dings, der Patton ist er. Komm ich an nichts ran. Ja. Guck mal, E75, ich hab ein Geschenk für dich. Und jetzt hat es zu mir gemacht. Ja, beim ersten Mal bin ich nicht durchgeschlagen, aber. Beladen und versichert, äh, entsichert. Aber dann kam ich durch. Ui, 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 Mac. Ja, lass, lass, Mac. Fahrt zurück. Ich hab ein Fetten im Rücken. Ja, ich seh's, ich komm aber leider nicht an dieses, an das scheiß Ding ran. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm. Mac, ich komm bitte hoch. Mhm. Gleich. Ich drehe im Moment relativ langsam, weil Motor und Ketten hinüber sind. Weil, irgendwie, I'm on fire. Ja, jetzt muss ich bloß aufpassen. Oha, okay. Willst du nicht warten? Willst du nicht warten? Mac, ich bin da. Bleib. Bleib zurück. Ich wollte eigentlich an die Art hier noch ankommen. Ja, mach doch. Die hat sich gerade verpieselt. Ich bin gleich da. Bin da. Das Russian war hier, oder was? Achtung. Darf ich auch? Ja, mach den weg. Nein. Boah, Mackey. Scheiße, der, 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 der Patten ist weg. Ja. Der Patten ist weg, der Patten ist weg. 519 sind halt nicht so schmackhaft, ne? T54. Ja, hab gleich nachgeladen, hab gleich nach... Ah, nee, ach, nee. Oh, ST1 und eher ein 100. E50. Wo ist der E75 hin? Der ist hier außen. Da kommt der ST1. Oh, ich komme. Mach ihn weg. Sehr schön. Das ist so ein böses Biss. Ich drück vor. Bin dabei. Kann sich bloß um ein... Ja, 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 Bursche. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Scheiße. Ich hab ihn gleich nachgeladen. Ich auch, in zwei, drei Sekunden. Okay. Yes. Dann kürst du mir. We can. Wow, geil. So, jetzt haben wir noch ein E50. Der muss hier draußen sein. Der ist hier draußen, geradeaus. Der ist auch nur noch ein Schuss. Ja, ich spiel mal Kugelfang. Bleib du da. Die eine kann ich auch noch ab. Oh, schade. 5 kills. Ja. 5 kills. Oh, ich leite nur einen. Aber egal. 3.000 und 3.000 Schaden. Sehr schön. Haben wir gut gemacht. Aber nur zweiter Klasse. Ja, ich bloß dritter Klasse. Naja, gut. Was soll's. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Weil das war wirklich mal wieder ein richtig schönes Gefecht. Jo. Gefecht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.